Dieses Video dreht sich um einige der wesentlichsten Elemente des Lernens, die sich auch zum Teil im 4K-Modell des Lernens wiederfinden. Die Rede ist von Kommunikation, Kooperation und Kollaboration. Besonderer Fokus wird sein, wie diese drei Elemente in einem digitalen Unterrichtssetting aussehen können. Die Entwicklung des Internets hat nicht nur im privaten Bereich die Kommunikationswege verändert. Auch für Lehrpersonen ergeben sich seither immer neuere Möglichkeiten, um mit SchülerInnen digital zu kommunizieren. Dabei lassen sich die möglichen Kommunikationsarten mit Hilfe von zwei Kategorien einteilen. Einerseits die Synchronicität, also zu welchem Zeitpunkt die Beteiligten miteinander in Kontakt stehen. Und andererseits die Größenverhältnisse der Beteiligten, also wie viele Personen miteinander kommunizieren. Asynchrone Kommunikation findet für alle Personen zeitversetzt und individuell statt. Traditionell sind hier vor allem E-Mails als Prototypen asynchroner Kommunikation gemeint. Im Bildungswesen wurde der E-Mail-Verkehr zwischen Lehrpersonen und Lernenden in den vergangenen Jahren schrittweise abgelöst. So etwa durch die asynchrone Kommunikation über Lernplattformen wie Moodle. Auf solchen Lernplattformen wird innerhalb eines Kurses vor allem über eingerichtete Foren kommuniziert. Im Schulkontext könnten solche Foren beispielsweise für eine Klasse oder für ein Fach angelegt werden. Auf diese Weise sind alle Kommunikationswege gesammelt und auf einen Blick zugänglich. Foren auf Lernplattformen ermöglichen außerdem aus sozialkonstruktivistischer Sicht die Kokonstruktion von Wissen unter den Lernenden. Der Nutzen für Lernende besteht hier darin, dass sie sich intensiv und zeitlich flexibel mit den Diskussionen und natürlich Lerninhalten beschäftigen können. Natürlich gibt es hier Aspekte, die man beachten sollte, wie etwa das Aufrechterhalten der Lernmotivation über einen längeren Zeitraum oder das regelmäßige Checken neuer Nachrichten. Im Vergleich zur asynchronen Kommunikation findet die synchrone Kommunikation gleichzeitig statt. Im digitalen Bildungssetting können das Online-Sprechstunden oder Chats via Microsoft Teams sein. Während der Covid-19-Pandemie haben sich zudem Videokonferenzen als wichtige Möglichkeiten herausgebildet, um selbst mit einer großen Zahl an Lernenden gleichzeitig kommunizieren oder Inhalte austauschen zu können. Gängige Plattformen für Videokonferenzen sind sowohl große Anbieter wie Zoom, Webex oder Teams, als auch Open-Source-Lösungen wie BigBlueButton oder Jitsi. Zusätzlich zur Ortsunabhängigkeit bieten Videokonferenzen den großen Vorteil, ExpertInnen direkt in das Klassenzimmer zu holen. Kooperatives Lernen versteht sich als eine Form von Lernen, in der Lernende in Gruppen arbeiten. Dabei nehmen sie spezielle Rollen ein, um an einer gemeinsamen Aufgabe zu arbeiten. Dafür muss die Lernendengruppe aber nicht zwangsläufig zeitgleich daran arbeiten, das kann also auch asynchron und individuell geschehen. Digitale Tools unterstützen diese Form von kooperativem Lernen und Arbeiten. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von digitalen Mindmaps, so wie es etwa mit dem Tool Mindmeister möglich ist. Aber nicht nur für Mindmaps ist das Tool hilfreich, denn das Brainstorming in Gruppen und das Planen von Projekten werden durch die digitale Visualisierung von Inhalten unterstützt. Eine weitere beliebte kooperative Lernform ist das Arbeiten mit digitalen PIN-Wänden. Padlet ist dafür aktuell wohl das bekannteste Tool. Damit können Lernende einzelne Postings anlegen, auf denen sie, wie auf einer digitalen Haftnotiz, Informationen wie Text, Bild oder Audio festhalten oder weiterführende Ressourcen verlinken. Außerdem fördert das Tool die gemeinsame Kommunikation, da einzelne Beiträge kommentiert und auch bewertet werden können. Didaktische Einsatzmöglichkeiten gibt es für solche digitalen PIN-Wände natürlich viele. Das Ziel könnte etwa sein, zu einem vorgegebenen Thema eine gemeinsame Recherche zu betreiben und die Ergebnisse mit allen zu teilen. Oder aber auch eine gemeinsame Präsentation vorzubereiten, die in weiterer Folge von anderen Lernenden asynchron und individuell erarbeitet wird. Im Gegensatz zur Kooperation, bei der es um die sinnvolle und zielgerichtete Rollenaufteilung geht, ist Kollaboration das gemeinsame und zeitgleiche Arbeiten in Gruppen. Aus lernpsychologischer Sicht zeigen sich Vorteile für den Einsatz von kollabativem Lernen. Studien zeigen, dass kollaboratives Lernen im Gegensatz zu individueller Wissenskonstruktion einen positiven Einfluss auf die Lernergebnisse haben kann. Digital unterstützt bedeutet kollaboratives Lernen, dass Lernende meist Webprogramme nützen, um gemeinsam an einem Lernprodukt zu arbeiten. Das können etwa schriftliche Produkte wie gemeinsame Notizen und Texte sein oder eine multimediale Präsentation. Bekannte digitale Tools zur Umsetzung von Kollaboration sind cloudbasierte Text- oder Präsentationseditoren wie Google Docs oder Google Slides. Auch webbasierte Texteditoren wie Etherpad zählen zu den beliebten Tools für die digitale Kollaboration. Vor allem die auf Open Source basierenden Etherpads zeichnen sich durch eine sehr niederschwellige Nutzung aus und benötigen meist keine Registrierung von Seiten der Lernenden. Neben Texteditoren erlauben Whiteboard-Tools das gemeinsame und zeitgleiche Arbeiten an Projekten. Miro ist hier ein beispielhaftes Tool, mit dem man sowohl individuell als auch gemeinsam und zeitgleich ein unendlich großes Whiteboard mit diversen digitalen Inhalten befüllen kann. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Viele der in diesem Video vorgestellten Tools können miteinander kombiniert bzw. innerhalb der Systeme integriert werden. So kann in einem Microsoft Teams-Chat problemlos ein Miro-Whiteboard gestartet und bearbeitet werden oder ein Brainstorming mit MindMeister aufgesetzt werden. Das hat den Vorteil, dass das Interface dieser Tools direkt im Chat integriert ist und ein weiteres Browserfenster nicht notwendig ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren!